ja das war nicht das war auf gar keinen fall wenn das netz war hallo zu uns gekommen zu einem neuen video auf mein fifa ich bin's wieder euer mein tendo und jetzt bin wir halt pixel der kurs mit dem tippler so wie auch reisen ich will jetzt ich weiß nicht weil ich noch nicht so gut versprechen kann ich bin schneller Ich bin runtergefallen. Und einen als ein Eisenschwert. Und einen kann ich einfach runterknocken. Ja, den mit Eisenschwert. Den anderen lenke ich ab. Nein, er hat mich. Ich hatte fast das Bett. Gut, Jibi. Ich habe das Bett abgebaut. Ich habe mitgeleistet. Hab einen. Das ist ehrlich nicht Trap geholt, ne? Er hat alles eingelagert. Er ist gerade an seine Forte gegangen. Wenn ich einen kille, bekomme ich Ressourcen. Ich habe Forte. Oh, drei noch. Gehpool. Und Forte. Ich habe mir erstmal eine Rüstung gegönnt, okay? Dann hole ich mir auch nochmal die besten Werkzeuge im Spiel. Die heißen die waren. Die besten Werkzeuge im Spiel sind? Äh, äh, Holzschwert? Nein, Pico und Axt. Pico und Axt. Und natürlich Holz, ne? Aber man kann dann, also Pico und Axt sind mega gut halt. Ne, ich hole mir mal auf Blöcke. Blöcke. Blöcke, 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 Blöcke. Blöcke für 3 Euro auf Ebay. Was? Würdest du dir das kaufen, wenn du einen Microblock für 3 Euro auf Ebay geben würde? Leiderblock. Ne. Mit so von, von Mojang unterschrieben. Mit Mojang, von Mojang unterschrieben. Genau, Mojang ist auch eine Person. Was? Ach, mein Gott. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, halt schon von. Ach, übrigens, ich wollte was an. Wir sprechen nämlich das, ähm, wieder. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehmen muss. Ich glaube, das kann sich auch ändern. Auf jeden Fall haben wir gerade 20 Abos, was ich halt übelst feiere. Denn, hallo, 20 Abonnenten, oh mein Gott, denke ich mir nur, ne? Und ich hab das blaue Bild, weil es ist einfach überzunehmen krass, dass wir die 20 Abos haben. Es ist halt wirklich was, meiner Meinung nach, besonderes, langsam zu wachsen, weil, ich habe mir, glaube ich, heute sagen, ich wusste, dass ich vielleicht, aber was, äh, vielleicht noch größer werden kann. Deswegen, das ist für mich 20 Abos, aber es ist schon recht viel. Und das ist auch mein Schwert. Danke. Aber damit, nicht nur ich, meine 20 Abos, bei, kann ich auch mal bei, nehmt die Flasche vorbei. Der, ich bin auch nämlich kurz davor. Ja. Ich will nur noch, warte, in diesem Moment 3. 3. Bei ihm gibt es auch noch Sims dazu. Eine kleine Spoiler-Anlagen für diesen Kanal. Ich hab mir ein neues Erweiterungspack geholt. Oh mein Gott. Das wird aber in der nächsten Folge zu sehen, sehen zu sein, zu sehen zu sein, ja. Oho. Das heißt. Ich meine, jetzt schreib ich so oben rechts ein Werbevideo. Ich war lang für 4 Euro. Das, aber das mit dem Erweiterungspack sehen, sind nur die Leute, die von meinem Kanal auch hier sind. Ja, stimmt. Zum Beispiel eine Person, mit der wir eine Zeit lang sehr oft gespielt haben. Du weißt, wen ich meine, oder? Ja. Ich meine, ich meine nicht die Person, sondern die andere Person, die mich vor kurzem erst abonniert hatte. 18. Abonnent. Die X, Y, Z, die im Norden liegt. Nein, Spaß. Die, die auf deiner Schule ist. Ah, 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 ja, ja. Ah, jetzt schaffst du ihn aus. Genau. Ähm, welche Person wir meinen, vielleicht kann, äh, weiß ja die Person, äh, dass wir, die meinen, dann, wie wir kustet ihn aus. Äh, fühl dich ruhig angesprochen. Ähm, auf Tybans Kanal, weiß man ja schon, wer war der, glaub ich, beim Stream, war der beim Stream dabei? Ja. Ja, 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 er war dabei. Ja, 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 er war dabei. Ich hab den Stream heruntergelaufen, weil man leider die anderen nicht gehört hat. Ja. Das ist sehr schade, also guckt auch beim Spiel vorbei, wenn ihr sehen wollt, was ich eigentlich auch hatte. Ja, genau das gleiche, nur in einer anderen Sicht eigentlich. Ja, und mit Ton von anderen. Dann lohnt es sich doch mehr zu ihm zu gehen, oder? Nein, ich weiß. Bleib trotzdem bei mir, bitte. Bitte, Bord bei ihm, bitte. Nein. Alles geht. Da Team Aqua ausgescheitert ist, loot ich die mal. Hallo. Ich habe eine Eisenrüstung. Oder eine von Aqua hat die Rüstung. Oh, ich hab den, glaub ich, oder? Ja, Mann, ich hab den von dir gekehlt. Ach, so, ich versuche mit dem Emirate noch zu fahren, damit ich auch eine Dier-Rüstung habe. Ah, ich glaube, über gelb planten Angriff. Gelb? Ja? Oh, ich plan bei denen angefallen. Nein, hier ist der von dir. Lauf, 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 lauf. Guck mal, 4 TNT. Okay, paar Gold-Apple. Ich komme, ne? Ja. Vielleicht renne ich auch einfach zur grauen Base, um dort einzeln lagern. Ich hab mir heute noch gesagt, Gold-Apple in Haft-Kicksel ist nicht so nötig. Ja, die kommen nicht, die kommen nicht. Die ruten lieber die anderen Inseln. Alter, junger, Glück gehabt. Ich hab mir heute noch gedacht, Gold-Apple in Haft-Kicksel so unnötig, das kaufe ich mir gerade selber welche. Ich plane einen Angriff, ich hätte jetzt fast Anschlag gesagt. Äh, Angriff. Ich plane einen Anschlag. Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, ich plane einen Angriff auf, oh, gelb kommt. Okay. Ich plane einen Anschlag, wo gelb kommt. Oh mein Gott, die geilste Version von, ach Gott, ich weiß ja. Sag ich nur. Ich habe einen Angriff auf gelb plan, aber. Nein, nein, bitte, bitte, bitte. Nein, nein, bitte, bitte. Oh, ich habe ihn. Ey, du hast ihn. Ich habe ihn. Nein, du hast ihn. Ein Angriff auf gelb, ein Angriff. Nein, unverplant hat ihn. Okay. Du hast ihn. Boah, bitte. Oh, shit. Hast du mich fast besiegt, Junge? Ach, die haben ja was in der Test gehabt. Wo habe ich das? Oh Gott. Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht wie, aber ich glaube, ich muss das rauspiepen. Ja. Oh, ich dachte mir schon ein Piepton runterladen. Yeah. Danke, Chivan. Lass mich einfach raus. Die Leute werden niemals erfahren, was ich gesagt habe. Und die Leute werden auch niemals erfahren, ob ich einen Schimpfeslecker habe oder nicht, wenn du es rausschneidest. Ab des Betts. Also jetzt muss ich, was du gerade gesagt hast, muss ich leider drin lassen. Denn ich habe das Beste zerstört. Ihr werdet wahrscheinlich einen Piepton sehen. Oder ihr werdet überhaupt nicht hören, was ich hier gerade sage. Ich kann auch sehen. Äh, Gabe, blieb noch einer. Oder du steigst dir keine Stelle raus. Oder du steigst dir keine Stelle raus. Ja, es ist alles möglich. Es würde auch nicht so nehmen. Alles ist möglich auf der Welt, wenn man an sich glaubt. Weiß. Ich gehe jetzt mal zu Weiß. Ich plane einen Angriff auf Weiß. Ab, beide Weißen. Ich brauche das Passwort gar nicht, Leute. Mitten in Aufnahme, Bro. Mitten in Aufnahme, Bro. Wir sind in deiner Aufnahme. Äh, ich grüße meine Mutter und Giano. Danke, Max. Okay, dann gehe ich mal zu Blö. Ich habe eine Diapickung. Gut, dann hole ich mir auch mal eine. Dann hole ich mir das. Dann hole ich mir das hier. Dann hole ich mir das und das. Dann sage ich die. Da bist du gerade im Shopping Center oder? Und dann hole ich das hier. Ich bin da. Ja, da hinter dir. Das sind die dann auch. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Was ist das alles? Ja, genau. Dass er mir viel Hits gegeben hat. Ja, das war nicht Ledgy. Das war auf gar keinen Fall Leddy, wenn das Leddy's war, ne? Nein, nein, nicht mal fast an deren Bild! So, planen wir mal den nächsten Angriff. Bedeutet, machen wir wieder das hier und das hier. Dann nehme ich mir mal ein Steinschwert. Steinschwert, dann brauche ich noch ein paar Diers. Ne, Emerald, ich meine, sorry, dann kann ich hin. Warum, 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 warum? Warum, warum ist das jetzt gerade passiert? Oh Gott! I sing! Oh hell no! I sing! Oh Gott, wir müssen doch aufpassen auf unsere Base. Beide sind tot, man denkt. Ne, es liegt nur noch einer! Ist der andere gelieft? Also, wenn der einmal nicht in seiner Base ist, Junge, Er ist tot! Geht da hin und spreng der, äh, sein Bett auf? Wie denn die haben, du weißt schon. Ich spreng das auf und dann baue ich mich an mit der Ticketspound. Weil die haben ja drum rum noch andere Sachen. Wo ist das? Wo ist das? Der ist hier seiner Base. Und ich hab uns, ich bin grad an ihm vorbei. Nein, der... Wirklich? Ja, ich sehe euch. Er hat mich irgendwie so mehr. Ich schläge doch ganz jetzt in die Luft. Hallo! Also, ich sehe dich halt auch so. Ich sehe deine, ich sehe deine Richtung. Aber... Und damit haben wir natürlich die Runde. Geht. Von. Mach den, äh, weg für den Kill. Gewonnen! Dankeschön! Und den Kill hab, ähm, hast du bekommen. Aber ich hab von uns den Kill. Das darf ich nur nicht sagen. Ich glaube, die Runde gehen lang genug. Das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut bei... Eben die Flaxo. Und beim Unverblend vorbei. Unverblend. Und... Ich will sagen... Und ich will sagen... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und... Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal und... Ciao!